Diese Luftmatratze, diese Unterlagsmatte von Hike Venture habe ich über ein Jahr im Einsatz und wenn du wissen willst, ob die jetzt noch immer so toll ist oder ob es auch Nachteile gibt und was ich jetzt dazu sage, dann bleib einfach dran. Hallo und willkommen, das ist der Rainer Ross von Survival Show. Schön, dass du dabei bist. Da ist sie wieder, diese Hike Venture Luftmatratzen Isolationsmatte, die ich vor einem Jahr ungefähr vorgestellt habe. Link gebe ich da zu dem ersten Video da und ich mag rekapitulieren, was ich heute von dieser Mathe halte. Wenn du mich kennst und wenn du weißt, was ich sonst so tue, dann weißt du, dass ich andauernd Trainings gebe. Besonders im Sommer bin ich so gut wie jedes Wochenende draußen, auch teilweise unter der Woche gebe ich Kurse, aber ich bin auch im Winter unterwegs und ich gebe ganz einfach Kurse für Menschen, gemeinsam mit Menschen und da schlafe ich draußen. Und da hat mich diese Mathe ganz, 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 ganz häufig und begleitet. Und ich bin absolut begeistert davon. Und ich würde heute oder ich sage heute noch immer, dass diese Mathe absolut top ist. Und für jemanden, der einsteigen will in diese Materie oder der jetzt nicht jede Woche draußen schläft und manchmal vielleicht campen geht oder Buschcraft-Urlaub macht oder so irgendwas, ist das absolut ausreichend und wirklich ein Top-Preis-Leistungsverhältnis. Ich gebe da unten wieder den Link auf Amazon. Ich weiß nicht, wie die Preise aktuell ausschauen, aber als ich die gekauft habe, war das absolut top. Wahrscheinlich, wenn viele Leute die kaufen, gehen die mit den Preisen rauf oder runter. Ich weiß es nicht. Aber der Punkt dabei ist, es ist super. Nur, es ist halt jetzt nach einem Jahr doch, das muss man dazu sagen, ein kleines Problem aufgetreten. Wie verwende ich die? Ich will es noch mal kurz sagen. Ich liege direkt auf dieser Matte drauf und den Schlafsack, der ist auch, also die kommt in den Schlafsack rein bei mir. Ich weiß, das machen andere Leute anders und du darfst es auch anders machen, aber ich mache es halt so. So, mit allen Vor- und Nachteilen. Ich kriege da ganz böse Kommentare und ein E-Mail, das muss ich ganz kurz zitieren, aber nicht um diesen Menschen Aufmerksamkeit zu geben, sondern einfach von der Idee her. Der sagt, niemals macht man sowas. Das ist doch absoluter Blödsinn. Ich will doch meine Isolationswirkung bei meinem Schlafsack so nahe wie möglich bei mir haben und bla bla bla. So, wenn der Schlafsack ein riesen Schlafsack ist, wo ich locker reinpasse und auch diese Matte locker reinpasst, dann ist das super, weil du dadurch viel weniger Raum hast, den du selber aufheizen musst. Und du rutschst nicht runter. Bei diesen Teilen, das hat nichts mit dieser Matte zu tun, rutscht man runter. Besonders, wenn man irgendwo ein bisschen im Hang liegt. Aber jeder soll es tun, wie er es am liebsten tun will. Es ist ja nicht so, dass ich sage, du musst dir in den Schlafsack gehen, sonst bist du ein Koffer. Habe ich nie gesagt. Aber überleg das mal. Denk mal drüber nach, warum das so ist. Oder warum ich das so mache. Aber ich weiß, es hat auch Nachteile. Das ist keine Frage. So, und dann ganz unten kommt irgendwo eine, also kommt dann eine Elefantenhaut rein. Wenn du nicht weißt, was das ist, ich gebe da unten den Link in meinen Shop. Dort gibt es auch ein Video, kannst du es anschauen, was eine Elefantenhaut ist und warum die so wichtig und interessant ist als Ausrüstung. Aber auch das ist nicht der Punkt. Wenn ich das jetzt aufblase, habe ich jetzt schon gemacht und mich da drauflege, ist am nächsten Morgen keine Luft mehr drin. Und jetzt wirst du sagen, Reini, du hast zugenommen, vielleicht liegt es daran. Ja, ich habe zugenommen, aber an dem liegt es nicht. Es liegt daran, dass dieses Ventil da jetzt, wo man reinbläst, da kann man auch drauf. Da. Ich habe es getestet. Ich habe diesen Teil da in die Badewanne gehalten und drauf drückt und dann kommen da immer so Bläschen raus, was darauf schließen lässt, dass das jetzt mit der Zeit undicht geworden ist. Das heißt, da kommt Luft am Rand raus. Das heißt, auch wenn die gut verklebt ist, anscheinend ist sie nicht genug verklebt. Und was heißt das jetzt? Was ist da jetzt mein Fazit? Ich meine, schau her. Wenn das eine Zermerrestmatte ist, die ich übrigens auch habe, auch mir fehlt jetzt der Name nicht ein, schreiben wir unten, die ganz Arge. Die ganz Arge, die gibt es in Grau. Ich habe sie in Grau. Nein, ich habe sie in Orange. Ja, genau in Orange. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Schreiben wir das vielleicht unten. Aber die ganz Arge. Wenn die nach einem Jahr WO gibt und da irgendwo was, dann drehe ich durch, weil ich sage, das hat irrsinnig viel Geld gekostet. Ja. Bei diesem Teil hier, ich habe dafür, ich schätze jetzt so, ich müsste jetzt, ich weiß nicht mehr genau, aber an die 40 Euro bezahlt, da sage ich, ja. Ich meine natürlich, 40 Euro, die ich jetzt nicht mehr hundertprozentig nutzen kann, ist auch viel Geld. Das ist ganz klar. Nur ich habe die wirklich hergenommen, wirklich hergenommen und die war andauernd mit dabei, weil ich die Matte einfach von der Form her, die passt genau für mich. Also was ist da jetzt mein Fazit? Das ist jetzt bei diesem Teil so. Ich weiß nicht, es haben ja viele Leute aufgrund meines Videos und meiner Erfahrungen die Matte gekauft und gesagt, hey, ja cool, wunderbar. Und haben mir auch Feedback gegeben, haben geschrieben, ja die ist super und ich sehe auch Leute, die zu meinen Trainings hier nach Österreich kommen, oft diese Matte dabei haben, woran das wohl liegt. Aber vielleicht ist das bei dir auch so oder ist das wirklich nur bei meiner, bei meiner High Quencher so, dass da das Ventil nicht hundertprozentig ist. Mich würde jetzt interessieren, schreib mir bitte unter einen Kommentar, wenn du diese Matte hast, wie lange du sie hast und ob du noch zufrieden bist oder ob es irgendein Problem gibt. Ich meine klar, wenn du ein Loch reinstichst, dann ja, ja eh, genau. Das ist der Nachteil bei diesen Luftmatratzen und bei diesen Luftisolationsmatten. Aber das würde mich noch interessieren. Darf ich dich darum bitten, das wäre sehr, sehr nett. Mein Fazit, für jemanden, der gelegentlich draußen ist, der mal campen geht, der mal Buschkräfturlaub macht, der mal Survival Training macht und diese Matte dabei hat, bin ich mir sicher, dass du damit gut ausgerüstet bist. kommst. Wenn du jemand bist, der das häufiger braucht, andauernd braucht, dann sollte es vielleicht doch in die Richtung Thermarest gehen. Ja, das ist ganz klar. Aber so ist die Welt. Ja, so ist die Welt. Was soll ich noch sagen? Ich sage danke fürs Dabeisein. Mag dich um einen Kommentar bitten. Link zu den Produkten findest du unten. Daumen nach oben. Abo, aber andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Rainer Rossmann. Bis bald. Ciao. W hatch sprout. 3 3